Deine Mietnebenkosten in der Steuererklärung 2022 absetzen und dafür die Anlage haushaltsnahe Aufwendung in Elster ausfüllen. Ja, das geht und zwar einfacher als viele denken. Was du dabei beachten solltest und wie du die Anlage haushaltsnahe Aufwendung in Elster einfach ausfüllen kannst, erfährst du in diesem Tutorial. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und in diesem Video zeige ich dir einen meiner persönlichen Lieblingssteuertipps, den fast jeder anwenden und damit Steuern sparen kann. Und du erfährst, wie du diesen in der dafür vorgesehenen Anlage haushaltsnahe Aufwendung in Elster Schritt für Schritt eintragen kannst. Wenn du noch mehr zum Thema Steuererklärung im Allgemeinen erfahren willst, dann schaue dir auch gern unser Video mit einer aktuellen Einführung für das Steuerjahr 2022 an oder sichere dir gleich mein neues Buch, in dem du kurz und kompakt meine 100 Lieblingssteuertipps erklärt bekommst und ich auch direkt zeige, wo und wie diese in der Steuererklärung angewendet werden können und mit denen du dann im Idealfall mehr Steuererstattung bekommst. Den Link zum Video und zum Buch findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Starten wir jetzt aber mit der Anleitung zum Ausfüllen der Anlage haushaltsnahe Aufwendung in der Steuererklärung 2022 und den wichtigsten Schritten dabei. Um das passende Formular auszuwählen, gehst du hier unten auf Anlagen hinzufügen. Setz dann im Anschluss hier den Haken neben der Anlage und bestätigst ganz unten. Dann findest du auch schon die entsprechenden Dokumente hier links in der Übersicht. Die Anlage haushaltsnahe Aufwendung besteht aus sechs Teilbereichen. Teilbereich 1 bis 3 sind zum Eintragen von den absetzbaren Kosten vorgesehen und die Teilbereiche 4 bis 6 sind nur relevant, wenn man die Kosten mit einer anderen Person im Haushalt aufteilen möchte. Wir schauen uns also zunächst 1 bis 3 genauer an und diese unterscheiden sich in erster Linie nur durch die Beschäftigungsart. Wir schauen uns also die Teilbereiche 1 bis 3 genauer an und diese unterscheiden sich in erster Linie durch die Beschäftigungsart. Die Beschäftigungsart von wem? Nicht von dir, sondern von der Firma, die eben haushaltsnahe Dienstleistungen durchgeführt hat oder auch Handwerkerleistungen. Denn darum geht es letztendlich. Was ist das nun genau? Ich weiß, haushaltsnahe Dienstleistungen ist nämlich ein Begriff, den wir im Alltag nicht verwenden würden. Das sind letztendlich Dienstleistungen und Tätigkeiten, die in dem Haushalt oder auch in dem Haus oder auf dem Grundstück ausgeführt wurden von einer Firma, die dafür bezahlt wurde. Jetzt sagst du, Mensch, ich habe ja gar niemanden beauftragt vielleicht, ich kann das also gar nicht absetzen. Da sage ich Stopp. Denn als Mieter hat man in der Regel tatsächlich über die Betriebsnebenkostenabrechnung solche Tätigkeiten bezahlt bzw. Firmen dafür bezahlt. Das kann zum Beispiel sein der Hausmeister, vielleicht aber auch für Gartenpflege. Vielleicht wurde der Spielplatz gereinigt, das Haus selber wurde gereinigt, vielleicht gibt es einen Winterdienst. All das sind ja Tätigkeiten, die irgendjemand auf Rechnungen erfüllt hat und die bezahlt wurden. Und du als Mieter hast diese auch mitbezahlt. Oder eben als Eigentümer, wenn du selber hier beauftragt hast oder über die Hausverwaltung. Also unbedingt in die Betriebsnebenkostenabrechnung schauen. Das kann hier helfen. Und sich genau diese Tätigkeiten raussuchen. Wie trägt man das Ganze jetzt nun ein? Wir sehen schon, Teilbereich 1 ist für geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt. Das heißt, wenn eine Person irgendwelche Tätigkeiten gemacht hat, vielleicht auch einen Babysitter, einen Aufpasser, eine Haushaltshilfe, die wirklich als Minijobber angestellt ist, dann kommt diese Aufwendung hier rein. Interessanter ist es aber für die meisten, nämlich den zweiten Bereich zu verwenden. Hier kommen die ganz normalen haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse hin. Und das sind eben genau solche Beauftragungen von externen Firmen, beispielsweise in der Betriebsnebenkostenabrechnung. Und dann trägt man hier ein, du schaust einfach rein, okay, es gab zum Beispiel einen Hauswart. Das muss dann dort aufgeschlüsselt sein in deiner Abrechnung. Und dann waren das 250 Euro, jetzt wichtig, an Lohnkosten, die gezahlt wurden. Das steht ja dann bei dir drin, denn es sind nur die Lohnkosten absetzbar, nicht die Materialkosten. Und jetzt kommt es, 20 Prozent der gezahlten Lohnkosten kriegst du tatsächlich vom Finanzamt direkt erstattet. Also die werden nicht abgesetzt und mit deinem persönlichen Steuersatz verrechnet, so wie vielleicht bei Werbungskosten oder anderen Themen, sondern die werden direkt erstattet. Und ein Fünftel der Lohnkosten, das ist gar nicht mal so wenig. Die Höchstgrenze liegt dann übrigens bei 4.000 Euro an Erstattung, also bis zu 20.000 Euro an Kosten kannst du einreichen. Aber selbst wenn es nur 500 Euro waren, die du einreist und du am Ende dann 100 Euro wieder bekommst, dann hat es sich doch schon gelohnt mit diesen wenigen Minuten an Eintragung. Wir bestätigen jetzt den Hauswart an der Seite und würden sagen, okay, es gab beispielsweise noch die Gartenpflege. Das ist ein Kostenpunkt, der auch relativ häufig ist und das waren vielleicht nochmal 180 Euro im Jahr und bestätigen das an der Stelle. Und so geht man das einfach durch. Ähnlich verhält es sich auch mit den Handwerkerleistungen. Hier fällt mir zum Beispiel aus dem Alltag die Thermenwartung und eine Aufzugswartung ein. Die muss ja auch gesetzlich erledigt werden. Und dann könnte man hier eintragen, okay, Wartung der Therme, also von der Heizung. Was hat man nun an selbst getragenen Rechnungsbeträgen gehabt? Ich nehme jetzt einfach mal 200 Euro, ist nur ein Beispiel wert. Und auch hier muss man wieder schauen, okay, was sind darin enthaltene Lohnanteile, Maschinen und Fahrtkosten inklusive Umsatzsteuer. Wichtig wieder, keine Materialkosten. Also zum Beispiel 180 Euro, das Material war jetzt mal günstig an der Stelle und dann hier bestätigen. Und auch da, wenn du mehrere Tätigkeiten hattest, dann einfach auch weitere Daten hinzufügen. Hier kommen aber nicht nur Wartungen rein. Das könnten zum Beispiel auch Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Haushalt sein. Wenn man zum Beispiel da einen Maler engagiert hat und der hat jetzt die Wohnung gemalert, das hat vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro gekostet, dann kann man das tatsächlich hier eintragen, wieder mit dem Anteil für Lohn, Maschinen und Fahrtkosten. Ergänzend wie angekündigt gibt es dann die Bereiche 4 bis 6. Diese sind allerdings nur dafür notwendig, wenn man die Kosten aufteilen möchte. Das könnte ja zum Beispiel sein, wenn man mit einem Partner, mit einer Partnerin zusammen wohnt, dann dürfen natürlich nicht beide die Gesamtkosten absetzen, sondern das muss aufgeteilt werden. Wir können ja mal rein, bei alleinstehenden Personen, also bei Nichtverheirateten, ansonsten sind bei verheirateten Personen die anderen Bereiche hier wichtig, kann man eintragen, wie viele andere Personen gab es dann im Haushalt. Vielleicht waren das sogar mehrere, weil man in einer WG wohnt. Ansonsten, wenn es nur ein Partner, eine Partnerin gegeben hat, dann hier eins angeben. Und diese Person oder Personen dann auch namentlich benennen, denn das Finanzamt könnte schon nachgucken im Zweifelsfall, wurden denn jetzt Kosten für beide in gleicher Höhe angesetzt, beziehungsweise in vollständiger Höhe. Und dann würde es natürlich meckern und sagen, ja das geht nicht, nur eine Person kann es absetzen oder bitte aufteilen. Dementsprechend muss hier Einnahme rein. Und wo macht man nun die Aufteilung? Jetzt meckert er hier oben natürlich, weil ich nichts eingetragen habe, wird bei dir aber nicht der Fall sein. Die Eintragungen, wie viel Prozent dir angerechnet werden sollen, kannst du dann hier vornehmen. Dafür gibt es diese drei Felder, die sich auch nur daran unterscheiden, ob du vorher Eintragungen in Zeile 36, 37 oder 38 gemacht hast. Also die 37 ist zum Beispiel hier, sind die haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisse. Wenn es da Eintragungen gab und du willst was aufteilen, dann dementsprechend hier Eintragungen. Und dann kannst du auswählen, sind das vielleicht 50 Prozent, die dir angerechnet werden sollen, sollen dir 100 Prozent angerechnet werden oder nur 20 Prozent. Da bist du ganz frei in der Aufteilung. Und dann am Ende wieder bestätigen und schon hast du die Eintragungen gemacht. Einen kleinen Sonderfall können wir uns noch anschauen, nämlich bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten und Lebenspartnern. Da ist es ja eigentlich egal, da wird ja beiden alles angerechnet sozusagen, weil beide jetzt eine Person auftreten, steuerlich gesehen. Und dann könnte man aber sagen, okay, wenn vielleicht eine Person, wir haben ja den Peter Musterzahler, vorher noch einen eigenen Haushalt hatte, der gar nicht mit der Person zusammen war und der möchte Kostengeld machen, dann kann man das hier kenntlich machen oder genau andersrum. Vielleicht wurde der gemeinsame Haushalt auch aufgelöst, die Partner haben sich getrennt. Dann kann man auch das hier kenntlich machen und dann versteht das Finanzamt, okay, Kosten, die angesetzt wurden, sind hier für diese eine Person in vollständiger Höhe, weil es einfach noch einen anderen Haushalt gab. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. So, du hast es geschafft und deine Kosten in der Anlage haushaltsnahe Aufwendung eingetragen. Natürlich gibt es noch viele Sonderfälle, wir haben uns aber hier bewusst im Hinblick auf die Verständlichkeit auf die wichtigsten Felder konzentriert. Siehe, die auch gern ergänzen noch unsere weiteren Videos zur Steuererklärung 2022 mit Elster Online an. Damit du außerdem keines unserer Videos in Zukunft mehr verpasst aus den Bereichen Steuern, Finanzen und Geldanlage, abonniere doch am besten gleich unseren Kanal und lasse dem Video auch gern einen Daumen nach oben da. Und wenn du die Steuererklärung in Zukunft noch besser nutzen möchtest, dann sichere dir wie erwähnt jetzt mein Buch über den Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, dein Finanznerd Simon.